Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Trading-Webseiten, Trading-Apps und so weiter haben derzeit leider Hochkonjunktur. Die wichtigste Frage ist aber, woran erkenne ich eigentlich unseriöse Trading-Plattformen? Schließlich will man sein Geld, wenn dann überhaupt, vernünftig investieren, um es zu vermehren und nicht um es zu verlieren. Gerade in Zeiten mit niedrigen Zinsen für Tagesgeld und Festgeld oder Negativzinsen für das Guthaben auf dem Girokonto spielen alternative Geldanlagen für viele Verbraucher eine große Rolle. Seit einigen Jahren schließen CFD-Trading-Plattformen wie Pilze aus dem Boden, die hohe Renditen versprechen. Leider befinden sich unter diesen auch sehr viele unseriöse Anbieter. Die schwarzen Schafe versprechen das schnelle Geld und tolle Gewinne. Letzten Endes ist euer Geld weg und ihr bekommt gar nichts. Viele Verbraucher werden durch Spam-E-Mails, Werbung im Internet oder auf Social Media-Panälen auf diese Werbung eben angelockt oder zu diesen Trading-Plattformen. Eine der bekanntesten Maschen ist der vorgetäuschte Erfolg des Handelssystems bei der TV-Sendung oder TV-Show Höhle der Löwen. Angeblich berichten prominente Personen wie Günther Jauch oder tatsächlich sogar Dieter Bohlen über den Erfolg, den sie mit dem Bitcoin-Geschäft gemacht haben, welches angeblich in der TV-Show als Start-up präsentiert wurde. Die TV-Sendung berichtete bereits im Jahr 2017 davon, dass es sich hier definitiv um einen Fake handelt und es so ein Start-up nie in der Show gegeben hat. Ich finde es schon ziemlich dramatisch, dass es überhaupt seit 2017 funktioniert. Immer wieder mit der gleichen Masche, die Show Höhle der Löwen. Aber auch auf diesen Fake-Webseiten oder in diesen Fake-E-Mails liest man erstmal von dem Misstrauen der Juroren und Promis, die da angeblich mitmachen. Tja, aber wenn man dann weiterliest, dann haben sie ihre Meinung geändert, weil das System ja so toll ist und, naja, letztendlich haben sie dann doch eine Mindestinvestition von angeblich 250 Euro eingezahlt. Natürlich war das nie der Fall und entsprach nie einer Tatsache. Grundsätzlich sollte man nie bei solchen E-Mails auf die Links klicken. Hat man das Ganze dann doch mal getan, dann landet man 100% auf keiner seriösen Webseite. Nachdem die dubiosen E-Mails mit den vollmundigen Versprechungen von E-Mail-Programmen zunehmend als Spam aussortiert werden und auch die Nutzer, auf denen Unfug schon nicht mehr reinfallen, haben sich die Kriminellen eine neue Werbeform ausgedacht. Sie versenden einfach über verschiedene Dienste Kalendereinladungen mit Terminen. Und wenn man denn dort draufklickt, dann bekommt man wieder einen Link. Tja, und dieser endet letztendlich wieder bei verschiedenen Kryptohandelsplattformen, die, ja, angeblich mit CFDs oder dergleichen, ja, wo man sein Geld mit verdienen kann. Fallt auf den Unfug nicht herein. Und nehmt grundsätzlich keine Kalendereinladungen von fremden Personen an. Zudem solltet ihr auch auf keine unbekannten Links drücken. Also, wenn irgendwelche Links, die ihr nicht bestellt habt, über eine E-Mail kommen, löscht die E-Mails einfach genauso. Das gleiche auch mit den Kalendereinladungen. Hier habe ich euch nochmal zwei Screenshots reingepackt, wo ihr euch anschauen könnt, wie so eine Kalendereinladung eigentlich ganz genau aussieht. Grundsätzlich gibt es leider sehr, sehr viele Dinge, die man beim, ja, Online-Geldanlegen beachten sollte. Ist zum Beispiel eine EU-Lizenz vorhanden, findet man diese Lizenz dann auch direkt bei der BaFin. Also, EU-Lizenz kann man bei der BaFin nachschauen. Und diese Lizenznummer muss sich auch mit der Webseite ja decken. Außerdem sollte man prüfen, ob die Firma überhaupt angemeldet ist. Grundsätzlich, auch ein super Indiz für komische Webseiten, ist denn auch ein Impressum vorhanden. Das habe ich euch ja schon in verschiedenen Videos erklärt. Ein Impressum ist ziemlich wichtig und beinhaltet nicht nur, ja, irgendeine kleine kurze Anschrift, sondern da stehen auch die ganzen Rechtsformen und Rechtstexte zum Unternehmen. Findet man das nicht auf der Webseite, ja, dann ist es scheinbar irgendein unseriöses Unternehmen, was ihr gefunden habt. Ansonsten kann man noch auf weitere Dinge achten, wie zum Beispiel ist die Webseite ja verschlüsselt. Es steht oben im Browser HTTPS. Mittlerweile sollten eigentlich die allermeisten Browser darauf reagieren, wenn das nicht mehr oben drin steht und zeigt euch gleich ganz groß an, dass die Verbindung gar nicht erst sicher ist. Das heißt, dementsprechend haben die Betrüger natürlich auch in den allermeisten Fällen eine HTTPS-Verbindung und somit ist die Übertragung der eingegebenen Daten von euch zum Server der Webseite eben auch verschlüsselt. Ansonsten hat die Webseite eine Impressum, aber naja, der Name von dem Impressum passt nicht mit der Domain überein. Dann kann man schon irgendwie auch wieder misstrauisch werden. Denn grundsätzlich ist es so, die Sparkasse heißt halt Sparkasse. Natürlich könnte da noch irgendein Wort dahinter stehen. Das lässt sich immer nicht so einfach ja auch rausfiltern. Das kann natürlich auch alles richtig sein. Das Problem ist, wenn die Firma ABC heißt und die Domain aber GFH heißt und irgendeine komische ausländische Endung dahinter ist, naja, dann sollte man auch hier wieder misstrauisch sein, wenn der Firmenname ein ganz anderer ist als die Domain von der Webseite. Ja und ganz einfach, Vorsicht bei ganz hohen Gewinnversprechen. Das mittlerweile haben die Betrüger in den Telefongesprächen, wie man das ja hier immer wieder auf dem Kanal auch hört, ja schon abgebaut mit ihren super hohen Gewinnversprechen von quasi 1000 Prozent und mehr. Mittlerweile bieten sie euch 40 oder 30 Prozent an, aber auch das ist auf diesem Markt sehr viel Geld und ziemlich hoch gegriffen und spricht nicht unbedingt dafür, dass das Unternehmen seriös ist. Gesundes Missvertrauen ist grundsätzlich immer angebracht. Wie ist die Webseite aufgebaut? Findet ihr alles, was ihr auf der Webseite sucht? Ist das Deutsch in einem perfekten Deutsch geschrieben? Natürlich kann immer mal ein Komma irgendwo falsch sein, aber ich hatte es hier auch schon mal in den Videos, dass das Menü, also die Navigation, wo man die Webseite bedient, Speisekarte hieß. Und das ist natürlich dann kein seriöses Unternehmen, wenn das Menü zur Navigation der Webseite Speisekarte heißt. Registriert ihr euch auf dieser Handelsplattform und ihr bekommt direkt einen Anruf aus dem Ausland, könnt ihr theoretisch direkt einfach wieder auflegen. Denn hier handelt es sich definitiv um kein seriöses Unternehmen, denn um angerufen zu werden, muss man das auch wollen und auch technisch bestätigen. Hat man das technisch nicht bestätigt, ist das eine Kaltakquise und ein illegaler Werbeanruf. Und definitiv nicht seriös. Selbst wenn dann dahinter eine seriöse Firma stecken mag, sie halten sich ja schon beim Telefonieren nicht an die Gesetze. Und so sollte man definitiv dann auch die Finger von diesem Unternehmen lassen. Und grundsätzlich habt ihr mal einen Mitarbeiter an der Leitung, auch wenn es eine seriöse Firma zu sein scheint und ihr ruft vielleicht sogar selbst an und erreicht auch jemanden, installiert auf keinen Fall irgendwelche Software auf eurem Rechner, die nichts mit dem Trading zu tun hat. Das heißt, keine Fernwartungssoftwaren, die euren Rechner aus der Ferne steuern soll. Denn grundsätzlich gilt, fremde Menschen haben auf eurem Computer nichts zu suchen. Familienmitglieder können gerne mal bei Fernwartung helfen, wenn man irgendwo Hilfe braucht. Wenn nicht, dann braucht man diese Software eben auch nicht. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf eine dieser Maschen hereinfällt. Informiert alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden auf diese gemeinen Maschen auch eben hereinfallen. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf sowas hereinfallen kann. Doch es gibt sie allerdings die Opfer. Daher teil sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt mit eurem Umfeld in einem Chat. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne auch einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke jetzt gerne noch auf eins der letzten Videos oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao und ciao. Ciao und ciao. Untertitelung des ZDF, 2020